Wir treiben davon. Nein, ich meinte, gelichtet hast du da oben. Ich habe nicht draufgegeben. Ich auch nicht. Nein, Spaß. Wir treiben hier nicht davon. Ich wollte nur sagen, wir haben jetzt dann einmal gut die Metallband. Also jetzt könnte sich dann theoretisch... Hast du aus dem Sand das Glas bekommen? Ja, ja. Du hast doch eh was reingegeben. Ich habe sogar in die Kiste alles getan. Ich wusste eben nicht, was rausgekommen ist, weil es war weg. Ja, Sand. Ah, Glas. Und es ist alles erforscht. Super. Also, Glas war schon erforscht. Glas war schon, weil ich habe Glas schon einmal gefunden. Was wolltest du nochmal daraus machen eigentlich? Ich mache den Reiniger dann jetzt. Ah ja, genau. Das war ja das. Den Reiniger, genau. Den kann ich aber auch geschenkt machen. Geht schon. Kann ich gehen. Ah nein, ich habe nicht genug Planken. Geht eh nicht. Bist du aber da in your face, bitch. Ich habe auch eine große... Wie du siehst, habe ich eine große Kiste gemacht. Also, die ist richtig geil. Die ist geil, Leute. Wenn du den in einem richtigen Moment erwischt, nimmst du keinen Schaden. Ich weiß, ja. Und er schwimmt weg. Genau, ja. Naja. Habt... Sands... Habt ihr noch Ton? Einiges an Ton? Zufällig irgendwo. Ah ja, da passt. Weil ich mache noch... Du hast jetzt eh genug für den Reiniger, gell? Klaas. Klaas habe ich jetzt. Ja. Weil dann mache ich jetzt noch... Ich mache noch eine Schwelze. Noch eine... Alex, ich mache noch eine Schmelze. Ich brauche dann noch Planken. Aber jetzt kann ich... Äh, Planken? Habe ich. Oder Planken. Na, Planken habe ich keine. Entschuldigung. Oder wie viel Vertrag der biegt, der Herr? Viel. Viel mit dem Holzsperr. Boah, das ist nicht gut. Jetzt ist der Speer im Arsch. Können wir fahren? Ja. Einfache Batterie. Jetzt können wir eine einfache Batterie machen. Und eine Leiterplanke. Was Kunststoff? Alter. So, ich brauche wieder einen Speer. Ja, ich brauche auch viele Leiterplanken. Also die Planken sind echt ein Problem, muss ich sagen. Alex, wusstest du, wenn du außenrum eine mit diesem Schutz baust, ähm, dann greift der Hai nicht mehr an. Für diese ganz fette Barriere halt. Das ist gar nicht so teuer. Ich meine, der erste ist schon trotzdem teuer, aber... Das ist, ähm... Ah, dafür braucht man selber. Stabiles Fundament. Genau, ja. Nein, nicht stabiles Fundament. Die Fundamentrüstung. Genau. Das werde ich dann vielleicht ein bisschen ordnen. Ich werde jetzt dann vielleicht noch eine Kiste bauen. Es sei ja, ich... Wenn ich wieder Kisten habe, dann fange ich auch an zu ordnen. So. Ich komme jetzt gleich, ja? Ja, passt. Ich baue hinten ein paar Kisten. Ja, ich bin da eher an die Wand, bauen da. Die kann man ja noch umstellen. Ja, ich meine in Zukunft dann. Würde ich da an die Wand bauen und dann immer mit Schildern und so. Ähm... Ich brauche Schrott. Hast du zufällig viel Schrott mit? Ich habe alles in die Kisten gegeben, was ich jetzt mit hatte. Okay, ich habe nämlich keinen Schrott gesehen in den Kisten. A Kunststoff brauche ich... Ich wollte ja eh auf die Große hinsen, wo du geschrieben hast. Aber Norbert hat sich nicht getraut, weil du nicht da warst und... Oder ich war eh unter Deck. Also ich habe mich extra... Weißt du? Na, aber du bist dann herumgelaufen. Die ganze Zeit schon. Ach so, ja. Dann schon. Deswegen mussten wir jetzt nicht. Ähm... So. So. Da hinten ist noch eine Insel. Da unten ist ein Wahn, ein Väter, ein Wahn unter uns. So, der heißt Tod. Ein Wahn, wo ist ein Wahn? Unter uns am Fluss war ein Wahn. War ein Wahn. Ein Wahn. Ein Wahn. Ein Wahn. Hast du die Insel schon angestellt? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Nix. Eine Mini-Insel. Ja, ist egal. Aber da gibt es Planken drauf. Ja, genau. Planken. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Was soll das machen? Ich wollte machen... Eine Achse jetzt. Hast du Kunststoff? Weil wir hatten urviel Kunststoff. Ähm, in dieser Kiste ist ein bisschen was noch. Ah ja, genau. Ich habe es genommen zum Ausbau nämlich. Achso, shit. Ich brauche Scharnier. Zwei Hammer. Was sagst du? Jetzt, wo wir das auf dem Reiniger haben. Das trinken auch nicht mehr. Überhaupt kein Problem. Ich brauche ein paar Planken. Das finde ich ein bisschen doof, dass das das seltenste ist, irgendwie gefüllt. Also es ist nicht das seltenste, aber das ist das, was du am meisten brauchst. Ja, genau. Ich hole mir nur kurz die Fäste. Ich schwimme dann gleich nach. Daher sehe ich gerade tot. Ja, stimmt eigentlich, ich schwimme auf die Insel. Kommen wir nicht mehr hin, oder? Nein. Okay. Ich sammle nur die ganzen Planken da noch ein. Dass ich für Sie das ganze Feuer anheizen kann. Hast du jetzt eine Axt? Ja. Und einen Haken. Das heißt, ich brauche nicht mitgehen. Nein. Aber das heißt auch im Umkehrschluss, dass ich nicht mehr... Das heißt auch im Umkehrschluss, dass ich nicht mehr auf die... Dass ich nicht mehr... ... also Planken auf das Wasser-Dings legen muss unbedingt. Also mit dem Metall-Sperr tötest du die Vögel anscheinend. Instant? Mit einem Schlag. Was? Instant. Anscheinend, ja. Also entweder war das gerade Zufall, oder ist das jetzt der... Was brauche ich für eine Leiterplanke eigentlich? Da. Kupferpahn. Passt. Ich mache da noch Leiterplanken. Dann können wir die dann nochmal erforschen, dann können wir noch mehr Dinge dann lernen. Was brauche ich nochmal für ein Spiel zu suchen? Hast du es aber wirklich vergessen, Alex, dass wir heute ein Holz spielen wollten? Nein. Okay. Ich habe es mir nämlich eh gedacht, dass du es nicht vergessen hast. Oh, Gott sei Dank. Was denn? Achso, stimmt. Er hat sicher Hunger oder so. Achso, ja. Ja, auch das habe ich vergessen. Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich, Norbert. Ich habe schon alles nachgemacht beim Essen. Und ich habe einen Reiniger. Ich habe schon Essen für dich wieder aufgelegt. Ah, danke. Und ich habe einen Reiniger fürs Trinken, genau. Du musst halt nur jetzt da dann selber wieder dich ums Essen kümmern. Ja, ja. Passt. Brauche ich dann wieder. Hast du alles von der Kiste vernittelt oder wo brauchst du noch Hilfe, Alex? Nein, ich habe jetzt alles. So, Planken werden wieder nett. Du kannst jetzt keine Nix kochen. Ich habe überall hingelegt, Norbert. Ich habe mich extra darum gekümmert, damit du dich nicht umkümmert bist. Ja, danke, danke. Also siehst du, ich wollte ein Beet bauen, aber dann wiederum habe ich mir gedacht, okay, das ist derweil eigentlich unnötig, weil ich nicht zu viel Samen habe. Samen gehen echt wenig raus. Ich komme aus gleich. Jupp. Oh, du bist schnell Salze immer mit dem Wasser. Was meinst du? Oder habt ihr jetzt nichts? Ah, das Beet gewässert. Nein, ich habe nichts gemacht. Das ist krass. Manches Mal dürfte das Salzwasser das übernehmen. Funktioniert aber manchmal nicht. Ich weiß, ja. Das ist wirklich komisch. Ich kann dir echt nicht sagen, woran das liegt. Ich habe ihr auch, Alex, schon gesagt, ich hätte dann irgendwann gerne einen zweiten Grill, so einen großen, weil das viel effizienter ist. Ja. Auf so einen großen kriege ich drei Stück von den kleinen drauf, wo ich da auf den kleinen einen nur bringe. Oh, eine Mango haben wir jetzt. Das heißt, jetzt machen wir uns so ein Trinkglas oder ist das eine ganze Station mit dem Wasser? Ich weiß noch nicht. Ich glaube, du brauchst kein Trinkglas. Da hinten steht das. Ah, da. Was ist das? Und hier hinten kannst du Süßwasser. Süßwasser füllen. Das ist ziemlich geil eigentlich. Was ist denn da? Hast du zufällig Schrott gefunden, Alex? Dass du nicht brauchst, oder hast du das in die Kiste hinten reingelegt? Eins habe ich mit und den Rest habe ich eigentlich reingelegt. Obwohl, den einen habe ich jetzt durch dich. Du hast nichts mit mir, aber dann Schrott. Ich sehe zumindest hier nichts. Habe ich auch. Aber eins habe ich noch in der Kiste. Ich mache drei Schrott. Ich kann dir acht geben. Das nehme ich gerne. So, hier. Hier liegt es. Danke. Weil dann mache ich noch eine einfache Batterie. Die kann ich dann auch noch erforschen. Eine Sauerstoffflasche könnten wir machen. Und einen Rucksack. Aber woher kriegen wir Wolle, oder? Ah, eine Flasche können wir mit Glibber machen. Ja, aber Glibber brauche ich gerade noch. Okay, nein, ich sage es nur. Also anscheinend, jetzt geht es voran. So, was wollte ich aber jetzt machen? Reiniger, Kanten. Grill, Kochtische. Was, ein Topf wäre noch nass. Alex wollte ich noch... Ja, genau, einen Topf wollte ich machen. Genau. Topf und einen Grill. Das machen wir auch lieber. Für den Topf? Ja. Dann kümmere ich mich jetzt mal um den Topf als nächstes und dann um den Grill. So, jetzt wollte ich ehrlich irgendwas schauen, was ich... Ein Entsafter? Ja. Metallbahn, Bolzen... Okay, dann mache ich lieber als nächstes. Ich habe halt keine Metall... Also keine Planken. Aber jetzt dann vielleicht. Achso, das ist alles bei Essen dabei. Ah, das kombiniert Grundnahrungsmitteln zu fantastischen Getränken. Genau, wir haben ja schon Rezepte dafür, zum Beispiel. Du kannst dann... Da hinten sind Floß. Was mich jetzt ein bisschen anfuckt... Es könnte sein, dass wir... Dann keine Samen mehr haben. Achso, Alex hat ihr schon das Floß entdeckt, alles klar. Mhm. Was interessantes drin? Nein. Sammetall jetzt und anpolzen. Ah, ein Sprinkler. Können wir noch bauen dann. Ja gut, jetzt dauert alles. Ich empfehle mich vor, wenn... Ja gut, jetzt dasующер, als nächstes mal ausprobieren. Ah, das tut den VTom. Ich hab es nicht allá. Insel voraus. Oh, da kommen zwei Fässer. Ok, da werden wir schneller. Heiß jetzt wieder keiner da. Oh ja. Ich bin gerade auf der anderen Seite. Ah, ok. Insel voraus. Krass. Ich sehe gar keine Insel da. Habe ich eben das falsch eingestellt? Ah, da. Jetzt sehe ich es. Gut, ich komme gleich wieder. Einmal kurz weg, dann bin ich da. Ah, da hinten ist eine große Insel. Der nächste. Ich bin gerade wieder gekommen, Alex. Boah, ich muss es essen. Ah. 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 Ah.